Heißreto, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Lass uns mal deinen Gedanken teilhaben, die Erinnerung ist noch frisch. Wie hast du die Partie in Wiesbaden gesehen? Ja, ich glaube, ich habe schon eine Menge darüber gesagt und wir haben eigentlich über 90 Minuten gesehen. Ja, der Plan war klar, nur in der ersten Halbzeit war er teilweise auf dem Platz zu sehen und in der zweiten Halbzeit war es ganz klar das, was wir vorhatten, die Aggressivität, die Abstände so zu halten, wenn eine Reihe überspielt worden ist, dann wieder ins Weikir zu kommen. Wir haben das auch fußballerisch richtig gut gelöst, ein gutes Positionsspiel gehabt, sodass der Gegner wirklich sehr viel arbeiten müsste. Und was man noch gesehen hat, dass wir eine sehr gute Fitness haben, dass wir bereit sind, über 95, 100 Minuten zu gehen und dann auch in den letzten Minuten das 2-1 bzw. 3-1 geschossen und über 19 Minuten auch verdient er sich. Wir konnten erneut die Partie durch die Joker entscheiden. Die Jungs haben gestochen. Wie wichtig ist dir die Stärke, dann von der Bank nachlegen zu können und da flexibel zu sein? Ja, das ist, glaube ich, für jeden Trainer wahnsinnig wichtig, weil eben speziell jetzt für englische Wochen und eben auch für gewisse Momente Anpassungsfähigkeit einfach da ist. Du kannst reagieren von der Bank. Es sind schon Jungs, die eben nicht ähnliche Attribute haben, sondern eben auch eine andere Komponente reinbringen. Eine Wuchtgeschwindigkeit oder eben auch ein fußballisches Element mit Besa-Halemi, sodass der Gegner einfach vor Fragen gestellt wird. Das ist enorm wichtig und das ist jetzt, glaube ich, in den ersten sechs Spielen schon zu sehen, dass es auch funktioniert und dass es auch gut ist. Bleiben wir beim Personal. Siehst du jetzt für das nächste Spiel Umstellungen in der Startelf? Gibt es Spieler, die wieder fit werden? Gibt es neue Ausfälle? Jetzt aus dem Spiel Wien. Wiesbaden ist nichts dazu gekommen. Wir sind eigentlich ganz gut weggekommen, was Verletzungen anbelangt, sodass es dabei bleibt. Die üblichen Verdächtigen, die davor gefehlt haben mit Weich, mit Luca Zander, mit Nico, die fehlen. Aber sonst sind wir ganz gut unterwegs und wir werden natürlich den Morgen in der Früh noch abwarten und sehen. Ich werde nochmal ein paar Gespräche führen mit den Spielern, wie wir dann endgültig auch beginnen. Aber wir haben dann tatsächlich die Qualiwahl, ja. Ingolstadt ist sehr ambitioniert in dieser Saison gestartet. Sie konnten bis jetzt noch nicht die Punkte holen, die sie sich vorgestellt haben. Wie siehst du die Chance? Eine berechtigte Ambition, muss ich ganz klar sagen. Das ist eine Mannschaft, die einen sehr guten Kader, auch individuell sehr gut besetzt. Ja, die dritte Liga ist einfach eng. Das ist alles auf Messerschneide. Ich glaube, dass die Spieler, die sie gewonnen haben, 3-2 oder eben auch 3-2 verloren. Das ist alles sehr, sehr eng getaktet. Wir reden jetzt über ein erfolgreiches Spiel in Wiesbaden. Auch das ist brutal eng gewesen. Also das ist uns bewusst und wir gehen gegen jeden Gegner mit dem nötigen Respekt ein, ohne irgendwie großartig das Größte zu machen oder womöglich mit Angst. Das gibt es nicht. Wir wissen, was wir können. Und ja, es ist mit Sicherheit ein Gegner, der wahnsinnig viel Wucht hat, der auch Jungs hat, für die Standardsituation auch einen Spieler in ihr rein hat, der, glaube ich, fast alles ab der Mittlinie in gegnerischer Hälfte zu Eckball werden kann. Alles wirft er rein mit seinen Einwürfen. Das ist mit Sicherheit ein Thema, das auf uns zukommt und dass wir auch das verteidigen müssen. Aber sonst glaube ich, dass wir überwiegend unsere Themen besprechen werden. Ich glaube, dass wir auch genügend Qualität haben, Gegner zu beschäftigen. In der englischen Woche sind die Spiele ja für gewöhnlich sehr eng getaktet. Welche Auswirkungen hat es dann auf den Trainingsbetrieb, aber auch auf den Spieltag an sich? Ja, wir haben wirklich nicht viel machen können. Wir haben dann einfach nur mit Videos gearbeitet und haben ein leichtes Anschwitzen bzw. regenerative Maßnahmen ergriffen für die Spieler, die mehr oder über 19 Minuten gespielt haben. Sonst werden wir morgen früh auch nochmal anschwitzen, sodass es jetzt groß taktische Elemente nicht geben wird. Ohnehin haben wir in der Vorbereitung und in den Spielen bis jetzt Sachen geprobt und sind schon klar in dem, was wir machen wollen, sodass wir nicht so viel an den Gegner schauen müssen. Nach der Partie in Wiesbaden hast du im Rahmen der Pressekonferenz lohmende Worte für unsere Anhänger auf den Tribünen gefunden. Auf was wird es jetzt im nächsten Spiel, aber auch im weiteren Saisonverlauf ankommen, damit wir da gemeinsam erfolgreich sein können, gerade von den Tribünen aus? Ja, das ist ein Zusammen, das muss man ganz klar sagen. Und ich habe ja gesagt, dass wir in Vorleistung gehen müssen, dass wir gute Spiele abliefern möchten, dass wir gut spielen möchten. Und das war jetzt für ein Auswärtsspiel für mich außergewöhnlich gut. Ich kenne Sandhausen, aber das hätte ich jetzt auch nicht erwartet, so in der Form. Das war schon sehr, sehr gut und wir freuen uns über jede Unterstützung, die wir bekommen und hoffen natürlich demnächst auch, dieses Stadion in einem Punktspiel voll erleben zu dürfen, weil wir schon vorgeschmackt nach dem Kölner Spiel bekommen haben, was hier passieren kann, was hier sein kann. Und wir werden wieder auf dem Gaspedal bleiben und hoffen natürlich, dass das Weltmeisterung umgesetzt wird. Klingt nach einem guten Plan, vielen Dank. Danke. 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 Danke.